Am 20. November 1991 starb die Berliner Unterhaltungskünstlerin Helga Hannemann. Aus Anlass ihres heutigen 15. Todestages erinnerte der Friedrichstadtpalast mit einer kleinen Feierstunde und anschließender Wüstenenthüllung an die außergewöhnliche Künstlerin. Angelika Mann erinnerte auf ihre Weise an Helga Hannemann. Angelika Mann erinnert auf ihre Weise an Helga Hannemann. Helga Hannemann liebte Soul und Jazz. Angelika Weiz stand mit Henne, wie sie liebevoll genannt wurde, so manches Mal auf der Bühne, um mit ihr gemeinsam zu singen. Angelika Mann erinnert auf ihre Weise an Helga Hannemann. Angelika Mann erinnert auf ihre Weise an Helga Hannemann. Angelika Mann erinnerte in bewegten Worten an die Berliner Entertainerin, nach der der Publikumspreis die Goldene Henne benannt ist. Einmal im Jahr wählen die Zuschauer des MDR und die Leser der Superello ihren Publikumsliebling aus Kunst, Sport, Politik und Medien. Carsten Klingbeil, der Schöpfer der Büste, Intendant Thomas Münstermann und Guido Herrmann, kaufmännischer Geschäftsführer des Friedrichstadtpalastes, enthüllten gemeinsam die Plastik. Ich fragte Carsten Klingbeil, wie er auf die Idee gekommen ist, die Büste zu erschaffen. Herr Gott, wir waren sehr eng befreundet und das ist irgendwie, ich hatte nicht damit gerechnet, dass das mal aufgestellt wird, aber ich habe also die Figur machen wollen. Insbesondere nachdem sie nun leider tot war und wir haben ja das ganze Ende miterlebt. Meine Frau hat ihr Testament geschrieben, also es war eine dramatische Situation.